Kapitel 31 Bewegung 2. Das Autorennen Die Autorennen Der Ball Die Bälle Bergsteigen gehen Boxen Das Eishockey Das Golf Das Judo Klettern Klettert Kletterte Ist geklettert Langlaufen Laufe lang Lief lang Ist langgelaufen Reiten Reitet Ritt Ist geritten Rudern Rudert Ruderte Ist gerudert Der Schlitten Die Schlitten Segeln Segelt Segelte Ist gesegelt Skaten Skaten Skatet Skatete Skatete Ist geskated Die Slackline Die Slacklines Snowboarden Snowboarden Snowboardet Snowboardete Snowboardete Ist gesnowboardet Das Sport Das Sportgeräusch Das Sportgeräusch Die Sportgeräusche Tauchen Taucht Tauchte Tauchte Ist getaucht Das Tennis Das Trikot Die Trikots Vorspielen Die Wortschlange Das Yoga Drei Blöd Das Eis schnell laufen Fertigmachen Mein Sportlehrer hat mich richtig fertig gemacht Hassen Hierherkommen Kommt hierher Kam hierher Ist hierhergekommen Der Leistungssport Die Paralympics Picknicken Die Sportsendung Die Sportsendungen Teilnehmen Nimmt teil Nam teil Teilgenommen Die Mannschaft Nimmt an vielen Wettkämpfen teil Der Turnlehrer Die Turnlehrer Der Webdesigner Die Webdesigner Der Wettkampf Die Wettkämpfe Worüber? Vier Das Fußballspiel Die Fußballspiele Womit? Fünf Unternehmen Unternimmt Unternahm Unternommen Sechs Der Fußballtrainer Die Fußballtrainer Das Gold Der Manager Die Manager Die Rennschule Die Rennschulen Das Schülerrennen Das Schülerrennen Die Schülerrennen Der Sieg Die Siege Der Ski Die Skier Der Skilehrer Die Skilehrer Die Skischule Die Skischulen Der Skitrainer Der Skitrainer Der Spitzensportler Der Spitzensportler Die Spitzensportler Das Stipendium Die Stipendien Der Trainer Die Trainer Die Trainer Die Umgebung Die Umgebungen Die Volksschule Die Volksschulen Die Winterolimpiade Die Winterolimpiaden Zugleich Sieben Behaupten Jedenfalls Jedenfalls Der Masseur Die Masseure Die Spitze Die Spitzen Der Sportler Die Sportler Der Tennisspieler Der Tennisspieler Die Tennisspieler Vornehmen sich Nimmt vor Namen vor Vorgenommen Ich hatte mir vorgenommen, Fußballer zu werden Acht Das Rad Die Räder Neun Die Disziplin Beim Sport lernt man Disziplin Egoistisch Zehn Der Abstellplatz Die Abstellplätze Ausbauen Die Autobahn Die Autobahnen Der Autofahrer Die Autofahrer Das Autoland Die Autoländer Der Berufsradfahrer Der Berufsradfahrer Die Berufsradfahrer Der Botendienst Die Botendienste Der Briefträger Die Briefträger Dumm Sagen Dümmer Am dümmsten Der Einwohner Die Einwohner Die Fahrradbedingungen Die Fahrradbedingungen Die Fahrradbedingungen Die Fahrradstätte Flach Laden Lädt Lud Geladen Bernd lädt das Fahrrad ins Auto Das Personenauto Das Personenauto Die Personenautos Der Radfahrer Die Radfahrer Steigend Tendenz steigend Die Steigung Die Steigungen Das Straßennetz Die Straßennetze Die Tendenz Die Tendenzen Um Viele nutzen das Rad, um zur Arbeit zu kommen Das Verkehrssystem Die Verkehrssysteme Der Wegweiser Die Wegweiser Elf Das Blatt Die Blätter Gib mir mal ein Blatt Papier Entsprechend Entsprechend Das Feld Die Felder Fertig schreiben Schreibt fertig Schrieb fertig Fertig geschrieben Die Fortsetzung Die Fortsetzungen Der Hobbysportler Die Hobbysportler Der Mitspieler Die Mitspieler Der Naturfreund Die Naturfreunde Das Papierflugzeug Die Papierflugzeuge Das Pflaster Die Pflaster Die Plastiktüte Die Plastiktüten Der Profisportler Die Profisportler Die Seife Die Seifen Die Spielfigur Die Spielfigur Die Spielfiguren Die Spielregel Die Spielregeln Würfeln Das Würfelspiel Die Würfelspiele Würfelspiele Kapitel 32 Einkaufen 1. Normalerweise Stressig Drei Die Beschwerde Die Beschwerden Das Gerät ist kaputt. Ich schreibe eine Beschwerde. Die Droge Die Drogen Fröhlich Käuflich Konsumieren Der Liedtext Die Liedtexte Die Liedzeile Die Liedzeilen Mächtig Nebensächlich Nützlich Sexy Süchtig Versaufen Versäuft Versoff Versoffen Geldversaufen 4. Das Abo Die Abos Abonnieren Außer Bemerken Beweisen Beweist Bewies Bewiesen Das Einschreiben Das Einschreiben Die Einschreiben Erstatten Erzwingen Erzwingt Erzwang Erzwingen Der Experte Die Experten Das Gefängnis Die Gefängnisse Die Gefängnisse Die Gewährleistung Die Gewährleistungen Der Händler Die Händler Die Handyrechnung Die Handyrechnungen Herausfinden Herausfinden Findet heraus Find heraus Herausgefunden Innerhalb Kündigen Die Kündigung Die Kündigungen Der Kündigungsbrief Die Kündigungsbriefe Die Lebensversicherung Die Lebensversicherungen Der Mangel Die Mängel Neulich Der Rekorder Die Rekorder Die Reklamation Die Reklamationen Die Reklamationen Die Rückgabe Die Rückgaben Rückgängig Die Stromrechnung Die Stromrechnungen Die Verbrauchern Die Tasten Die Tasten Der Telefonanbieter Die Telefonanbieter Die Telefongesellschaft Die Telefongesellschaft Die Telefongesellschaften Die Telefonrechnung Die Telefonrechnungen trotz die Überprüfung, die Überprüfungen, der Verbraucher, die Verbraucher, die Verbraucherberatung, die Verbraucherberatungen, die Verbraucherzentrale, die Verbraucherzentralen, der Verlag, die Verläge, die Verlage, der Vormonat, die Vormonate, das Zeitungsabo, die Zeitungsabos, die Zuordnung, die Zuordnungen, zurückbringen, bringt zurück, brachte zurück, zurückgebracht, zurückgeben, gibt zurück, gab zurück, zurückgegeben. Der Verkäufer muss ihnen das Geld zurückgeben. 5. Das Detail Die Details Die Erstattung Die Gewährleistungszeit Die Höhe Die Höhen Die Schreibtischlampe Die Schreibtischlampen Technisch Der Umtausch 6. Abbuchen Die Abokündigung Die Abokündigungen Der Kassenbon Die Kassenbons Der Personalchef Die Personalchefs Umtauschen Wenden sich Du kannst dich an die Beratungsstelle wenden. 7. Auch wenn Sie sollten immer freundlich sein, auch wenn Sie sich beschweren wollen. Die Begrüßung Die Begrüßungen Deutlich Die Gesprächsphase Die Gesprächsphasen Der Schlusssatz Die Schlusssätze 8. Neutral Die Unfreundlichkeit Die Unfreundlichkeiten 9. Entgegennehmen Nimmt entgegen Namen entgegen Entgegengenommen Anrufe entgegennehmen Der Kundenname Der Kundenname Die Kundennamen Die Kundennummer Die Kundennummern Die Originalverpackung Die Originalverpackungen Das Paketporto Die Paketportos Das Rechnungsdatum Rechnungsdaten Die Rechnungsnummer Die Rechnungsnummern Zuschicken Schicken Sie das Gerät in der Originalverpackung zurück. 10. Das Anliegen Die Anliegen Der Beschwerdebrief Die Beschwerdebriefe 11. Die Aktie Die Aktien Die Aufstellung Die Aufstellungen Aussperren Auswendig Ich lerne eine Strophe aus dem Gedicht auswendig. Die Bilanz Die Bilanzen Die Börse Die Börsen Drehen sich Die Erde dreht sich um sich selbst. Die Einnahme Die Einnahmen Entzweigehen Geht entzwei Geht entzwei Ging entzwei Ist entzwei gegangen Das Gehöft Die Gehöfte Der Globus Die Globusse Die Globen Die Intonation Kaputt gehen Geht kaputt Ging kaputt Ist kaputt gegangen Der Kredit Der Kredit Die Kredite Kursieren Lenken Mitdrehen sich Wir drehen uns mit der Welt mit Die Pflicht Die Pflichten Das Porzellan Die Scherbe Die Scherben Schweigen Schweigen Schweigt Schwiegt Geschwiegen Senken Sterben Stirbt Starb Ist gestorben Das Steuersenken Streiken Die Strophe Die Strophen Vorbeifliegen Fliegt vorbei Flog vorbei Ist vorbei geflogen Vorgetragen Vortragen Trägt vor Trug vor Vorgetragen Ein Gedicht vortragen Werben Wirbt Warb Geworben Die Zeile Die Zeilen Zerbrechen Zerbricht Zerbrach Zerbrochen Zwölf Abschneiden Schneidet ab Schnitt ab Abgeschnitten Manche Länder schneiden bei der Umfrage sehr gut ab Anfühlen sich Es fühlt sich gut an, wenn man sich viel leisten kann Derselbe Erhöhen Feststellen Der Forscher Die Forscher Der Fragebogen Die Fragebögen Die Freundschaft Die Freundschaften Geografisch Das Glücksgefühl Die Glücksgefühle Das Handeln Die Karikatur Die Karikaturen Kostbar Kurzfristig Die Landkarte Die Landkarten Das Lebensglück Die Lebenszufriedenheit Leisten sich Es macht Spaß, sich ab und zu etwas zu leisten Materiell Nutzlos Der Ökonom Die Ökonomen Die Ökonomie Der Reichtum Die Reichtümer Schätzen Jeder wird gerne von der Gesellschaft geschätzt Steigern Die Stellung Die Stellungen Die Stiftung Die Stiftungen Streben Die Studie Die Studien Unglücklich Unterschätzen Der Vergleich Der Vergleich Die Vergleiche Die Vergleiche Verschicken Verwechseln Die Zufriedenheit Kapitel 33 Umwelt und Energie Das EU-Energieetikett Die EU-Energieetiketten Die Heizkosten Klimafreundlich Lüften Mehrmals Produzieren Die Raumtemperatur Die Raumtemperaturen Runterdrehen Der Transportweg Die Transportwege Umweltfreundlich Zwei Autofrei Demnächst Energieaufwendig Die Erdbeere Die Erdbeeren Das EU-Energie-Label Die EU-Energie-Label Extrem Der Geldbeutel Die Geldbeutel Die Geschwindigkeit Die Geschwindigkeiten Das Haushaltsgerät Die Haushaltsgeräte Der Jeep Die Jeeps Das Kilogramm Die Kilogramme Klimaschädlich Die Klimaschutzorganisation Die Klimaschutzorganisationen Der Kohl Die Kohle Konsequent Kritisch Der Kürbis Die Kürbisse Kürzlich Langfristig Lohnen sich Ein jährlicher Check der Haushaltsgeräte lohnt sich. Nachkommen Kommt nach Kommt nach Kommt nach Ist nachgekommen Pflanzlich Das Produkt Die Produkte Die Produktion Die Produktionen Seid Der Spartipp Die Spartipps Tierisch Der Transport Die Transporte Die Transporte Umweltschädlich Der Umweltschutz Verbrauchen Verbrauchen Vernünftig Verursachen Vorrechnen Weigern sich Sie weigert sich, mit dem Auto zu fahren. Allerwichtigste Fressen Frist Fraß Gefressen Die Klimaanlage Die Klimaanlagen Total Unnötig Vorwerfen Wirft vor Warf vor Vorgeworfen Vier Der Abfall Die Abfälle Die Aluminiumverpackung Die Aluminiumverpackungen Chemisch Daneben Darin Die Energiesparlampe Die Energiesparlampen Entsorgen Die Entwicklung Die Entwicklungen Erhalten In den Containern finden sich oft gut erhaltene Kleider. Der Essensrest Die Essensreste Der Giftstoff Die Giftstoffe Der Glaskontainer Die Glaskontainer Der Hausmüll Der Hausrat Hinbringen Bringt hin Bringt hin Brachte hin Hingebracht Der Kleidercontainer Die Kleidercontainer Kompostierbar Der Lack Die Lacke Landen Alles, was nicht mehr gebraucht wird, landet im Müll. Die Müllabfuhr Die Müllabfuhr Die Müllabfuhren Recyclebar Recyclebar Der Sack Die Säcke Die Sammelstelle Die Sammelstellen Gibt es Sammelstellen für Batterien und Sondermüll? Der Sondermüll Die Abfallwirtschaft Die Abfallwirtschaft Dadurch Effizient Die Einkaufstasche Die Einkaufstaschen Der Die Einzelne Die Einzelnen Energiesparend Kostengünstig Der Kritiker Die Kritiker Der Produzent Die Produzentin Der Rohstoff Die Rohstoffe Sinnlos Der Umweltaktivist Die Umweltaktivistin Umweltgerecht Der Wirtschaftszweig Die Wirtschaftszweige Zwingen Zwingt Zwang Gezwungen Sechs Allgemein Der Anbau Der Anbau von eigenem Gemüse macht Freude Die Anlage Die Anlagen Arm Ärmer Am Ärmsten Die Armut Aufgreifen Greift auf Griff auf Aufgegriffen Eine Idee aufgreifen Der Baum Die Bäume Beitragen Trägt bei Trug bei Beigetragen Bäume tragen zur Verbesserung des Klimas bei Bepflanzen Bepflanzen Bewirtschaften Die Dampfmaschine Die Dampfmaschinen Deswegen Die Eisenbahn Die Erfindung Die Erfindung Die Erfindungen Die Ernte Die Ernten Ernten Der Familienvater Die Familienväter Die Funktion Die Funktionen Das Gärtchen Die Gärtchen Die Gartenarbeit Die Gartenarbeit Die Gartenarbeiten Der Gartenfreund Die Gartenfreunde Der Gärtnertipp Die Gärtnertipps Gefahrlos Gering Industriell Die Industrielle Revolution Die Info Die Infos Kinderreich Die Kleingartenanlage Die Kleingartenanlagen Die Kleingartenkolonie Die Kleingartenkolonien Der Kleingartenverein Die Kleingartenvereine Der Kleingärtner Die Kleingärtner Die Kolonie Die Kolonien Kulturell Die Laube Die Lauben Die Lebensqualität Der Lebensraum Die Lebensräume Der Massentourismus Mechanisch Meist Motorisiert Die Naherholung Das Paradies Die Paradiese Pflanzen Der Schrebergarten Die Schrebergärten Der Die Selbstständige Die Selbstständigen Die Selbstversorgung Die Siedlung Die Siedlungen Die Spielmöglichkeit Die Spielmöglichkeiten Die Spielmöglichkeiten In der Natur haben Kinder gefahrlose Spielmöglichkeiten Das Stadtklima Der Stadtrand Die Stadtränder Der Strauch Der Strauch Die Sträucher Die Verbesserung Die Verbesserungen Die Verbesserungen Die Vierzimmerwohnung Die Vierzimmerwohnungen Der Webstuhl Die Webstühle Die Wohnungsnot Zugänglich Anbauen Der Gartennachbar Die Gartennachbarn Die Kindheit Die Kindheiten Der Kleingarten Die Kleingärten Sieben Abschalten Die Gemeinschaftsarbeit Die Gemeinschaftsarbeiten Das Häuschen Die Häuschen Der Teich Die Teiche Der Wochenendurlaub Die Wochenendurlaube Abgasarm Abgasärme Am Abgasärmsten Die Gefahr Die Gefahren Der Schadstoff Die Schadstoffe Schadstofffrei Kapitel 34 Begegnungen Die Begegnung Die Begegnungen 2. Die Bildunterschrift Die Bildunterschriften Der Karneval Das Stadtfest Das Straßenfest Die Straßenfeste Der Werbetext Die Werbetexte 3. Recht Ich weiß nicht so recht Der Sinn Die Sinne Spüren Tasten Vermissen Vielmehr 4. Der Architekt Die Architektin Fließend Fließend Eine Sprache Fließend Sprechen Das Heimweh Das Elternhaus Die Elternhäuser Die Existenz Die Existenzen Die Geborgenheit Der Geruch Die Gerüche Das Lachen Schließen Schließen Schließt Schloss Geschlossen Schließt die Augen Verwelken Wahrnehmen Nimmt wahr Namen wahr Wahrgenommen Der Zugvogel Die Zugvögel 6. Illustrieren Die Lieblingszeile Die Lieblingszeilen 7. Irgendwann Sehnen sich Ich sehne mich nach meiner Heimat Wonach 8. Die Arbeitserlaubnis Freiberuflich Die Konkurrenz Der Musiker Die Musiker Die Oper Die Opern Die Realität Die Realitäten Tätig Der Zeichner 9. Abraten Rät ab Riet ab Abgeraten Ausdenken sich Denkt aus Dachte aus Ausgedacht Sie hat sich ein Beispiel ausgedacht Auseinandersetzen sich Lisa setzt sich mit Rassismus auseinander Die Band Die Bands Böse Der Diplomat Die Diplomaten Diplomatisch Die Fremdenfeindlichkeit Gemischt Gewöhnlich Der Diintegrationsbeauftragte Der Diintegrationsbeauftragte Die Integrationsbeauftragten Die Migranten Die Migrantenangelegenheiten Die Migrantenangelegenheiten Das Mutter-Tochter-Verhältnis Die Mutter-Tochter-Verhältnisse Nach wie vor Prägen Der Rassismus Das Schokoladeneis Das Schokoladeneis Der Sozialarbeiter Die Sozialarbeiter Stammen Stammen Der Stiel Die Stiele Der Türkei-Urlaub Die Türkei-Urlaube Die Vanille Der Di-Vertraute Die Vertrauten Die Ansicht Die Ansichten Beschäftigen sich Die Gruppe beschäftigt sich mit nur einem Thema Beziehen sich Bezieht Bezog Bezogen Meine Frage bezieht sich auf ihren Beruf Interviewen Der Interviewer Die Interviewer Das Kennzeichen Die Kennzeichen Die Migration Die Mischung Die Mischungen Das Privatleben Das Radiointerview Die Radiointerviews Der Stichpunkt Die Stichpunkte Das Vorbild Die Vorbilder Während Während Gabi gerne liest, sieht Manuel gerne fern Der Akku Die Akkus Akkumulator Die Arbeitsgemeinschaft Die Arbeitsgemeinschaften Der Di-Auszubildende Die Auszubildende Der Azubi Die Azubis Die Biologie Biologisch Die Demonstration Die Geografie Der Intercity Express Die Kindertagesstätte Die Kindertagesstätten Die Ökologie Die Ökologie Die Rundfunkanstalt Die Rundfunkanstalten Die Untergrundbahn Die Untergrundbahnen Wiederauflatbar Kapitel 35 Arbeit im Wandel Ansteigen Steigt an Stieg an Ist angestiegen Der Ausgleich Außerdem Beliefern Dazuverdienen Der Hauptjob Die Hauptjobs Der Kletterpark Die Kletterparks Der Migrationshintergrund Die Migrationshintergründe Nachgehen Geht nach Ging nach Ist nachgegangen Immer mehr Menschen gehen nicht nur eine Arbeit nach Die Rösterei Die Röstereien Der Wandel Die Wandel 1 Das Arbeitsamt Die Arbeitsämter Das Wortfeld Die Wortfelder Das Wortnetz Die Wortnetze Angestellt Der Arbeitsbereich Die Arbeitsbereiche Das Baugewerbe Der Bauleiter Der Berufseinsteiger Ernst nehmen Nimmt ernst 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 genommen Fassen Junge Menschen wollen im Berufsleben Fuß fassen Festangestellt Hauptsächlich Das Homeoffice Die Homeoffices Der Männerberuf Die Männerberufe Die Metallverarbeitung Die Metallverarbeitungen Mithilfe Der Straßenbau Die Tagesstätte Die Tagesstätten Die Umwelttechnik Das Unternehmen Die Unternehmen 2 Geregelt Ich mag geregelte Arbeitszeiten Der Homeoffice-Arbeitsplatz Die Homeoffice-Arbeitsplätze Der Junggeselle Die Junggesellen Die Probezeit 3 Fortsetzen 4 Aufreiben sich Reibt auf Rieb auf Aufgerieben Otto reibt sich zwischen Arbeit und Familie auf Der die Befragte Die Befragten Die Bürofläche Die Büroflächen Grundsätzlich Die Hausfrau Die Hausfrauen Loskommen Kommt los Kam los Ist losgekommen Das Modell Die Modelle Der Professor Die Professoren Der Soziologe Die Soziologen Teilweise Vernetzen Von Aus Viele Deutsche möchten von zu Hause aus nicht arbeiten Warnen Der Betriebsrat warnt vor zu vielen Überstunden 5 Anfänglich Archäologisch Beeindrucken Die Bundesagentur Die Bundesagenturen Die Bundesagentur für Arbeit Das Fundstück Das Fundstück Die Fundstücke Gefragt Das IT-Unternehmen Das IT-Unternehmen Die IT-Unternehmen Jedermann Kompliziert Der Kulturschock Der Kulturschock Die Kulturschocks Die Schwierigkeit Die Schwierigkeit Die Schwierigkeiten Solch Supernett Der Tellerrand Die Tellerränder Die Verständigung Wertvoll Wertvoll Westlich Zurückkommen Kommt zurück Kam zurück Ist zurückgekommen Schockiert Die Softwareerfahrung Die Softwareerfahrungen 6 Der Anfangspunkt Die Anfangspunkte Erkältet Der Praktikumsplatz Die Praktikumsplätze Umstellen Ungestört 7 Der Abschleppdienst Die Abschleppdienste Begleiten Die Behörde Die Behörden Die Beratung Die Beratungen Das Beratungsangebot Die Beratungsangebote Der Bergungsdienst Die Bergungsdienste Der Businessplan Die Businesspläne Der Elternabend Die Elternabende Etabliert Die Existenzgründerberatung Die Firmengründung Die Firmengründungen Die Förderung Die Förderungen Das Fußpflegestudio Die Fußpflegestudios Der Geschäftsführer Die Geschäftsführer Großschreiben Schreibt Groß Schrieb Groß Großgeschrieben Der Gründer Die Gründer Die Gründung Die Gründungen Der Integrationspreis Die Integrationspreise Längst Der Partyservice Der Partyservice Die Partyservices Der Rahmen Die Rahmen Die Rinderschlachthalle Die Rinderschlachthalle Die Selbstständigkeit Die Stadtteilarbeit Die Stadtteilarbeiten Der Verdienst Der Verdienst Die Verdienste Zugewandert Die Abgabe Die Abgaben Ausarbeiten Ausarbeiten Ermitteln Die Eröffnung Die Eröffnungen Ertragen Erträgt Ertrug Ertragen Das Finanzamt Die Finanzämter Die Finanzierung Die Finanzierungen Die Finanzquelle Die Finanzquellen Die Formalität Die Formalitäten Gegebenenfalls Nötig Das Risiko Die Risiken Der Staat Die Staats Das Staatkapital Der Unternehmertyp Die Unternehmertypen Die Versicherung Die Versicherungen Vorgehen Geht vor Ging vor Ist vorgegangen Wie sollen wir bei diesem Projekt vorgehen? Zurücklegen Neun Aufpassen Die Beratungsstelle Die Beratungsstellen Die Deutschlektion Die Deutschlektionen Die Geschäftsidee Die Geschäftsideen Die Kurzreportage Die Kurzreportagen Das Musikinstrument Die Musikinstrumente Der Nutzen Pflegebedürftig Der Vermittlungsservice Die Vermittlungsservices Bestrafen Beziehungsweise Etc. Eventuell Und so weiter Unter anderem Kapitel 36 Ein Leben lang Lernen 1. Die Lerngeschichte Die Lerngeschichten 2. Die Lernbiografie Die Lernbiografien 3. Anfangs Anwenden Anwenden Wendet an Wendete an Wandte an Angewendet Angewandt Die Ausrede Die Ausrede Die Ausreden Der Computerführerschein Die Computerführerscheine Der Computerkurs Die Computerkurse Die Einzelheit Die Einzelheiten Der Enkelsohn Die Enkelsöhne Die Gastfamilie Die Gastfamilien Die Gemeinsamkeit Die Gemeinsamkeiten Der Kursteilnehmer Die Kursteilnehmer Lallen Die Lernmethode Die Lernmethoden Die Lernmotivation Die Mühe Die Mühen Die Struktur Die Strukturen Unsicher Verständlich Das Wissen Das Zeug Ich maile, was das Zeug hält 4. Anstelle Die Bedeutung Die Bedeutungen Bereiten Dieses Wort bereitet mir Schwierigkeiten Der Dozent Die Dozenten Geschehen Geschieht Geschah Ist geschehen Der Lerntipp Die Lerntipps Die Vokabel Die Vokabeln 5. Das Fremdsprachenlernen Der Klang Die Klänge Die Muttersprache Die Muttersprachen 6. Der Aufenthalt Die Aufenthalte Auffrischen 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 Der Orientierungskurs Die Orientierungskurse Sicherlich Temporal Vergehen Vergeht Verging 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 Ist vergangen Die Informationsmappe Die Informationsmappen Das Klavier Die Klaviere Das Lernangebot Die Lernangebote Das Werbematerial Die Werbematerialien Zusammenstellen 7. Der Kontext Die Kontexte Verwirklichen 8. Verwirklichen 9. Abwesend Befinden sich Befindet Befand Befunden Wir befinden uns im Wohnzimmer Die Bildzeitung Der Bub Die Bubin Dazunehmen Nimmt dazu Namen dazu Dazugenommen Durch Was ist 28 Durch 7? Einmischen sich Misch dich nicht in die Diskussion ein Der Fernsehsessel Die Fernsehsessel Geliebt Der Gummibaum Die Gummibäume Halt Das ist halt einfach so Herzeigen Jawohl Kriegen Die Leselampe Die Leselampen Meinetwegen Naslang Alle Nase lang kommst du zu mir und willst etwas Polieren Rauskriegen Der Sohn kriegt die Rechenaufgabe nicht raus Die Rechenaufgabe Die Rechenaufgaben Der Schein Im Schein der Lampe Die Schulaufgabe Die Schulaufgaben Das Schulbuch Die Schulbücher Der Sketch Die Sketche Wofür? Zumindest Der Zwerg Der Zwerg Die Zwerge Der Apfelkuchen Die Apfelkuchen Die Apfelkuchen Ist durchgegangen Ist durchgegangen Durchteilen Teil die Torte in der Mitte durch Der Eisbär Die Eisbären Gefräßig Der Gott Die Götter Hintereinander Leid sein Ich bin es leid Nochmal Der Pinguin Die Pinguine Rausgehen Geht raus Ging raus Ist rausgegangen Raus müssen Muss raus Musste raus Raus müssen Rausgemusst Wann musst du morgens raus? Rumdrödeln Der Schraubenzieher Die Schraubenzieher Unqualifiziert Verdammt Verdammt nochmal Verhunzen Der Wahnsinn Die Anstrengung Die Anstrengungen Die Fahrschule Die Fahrschulen Kapitel 25 Alt und Jung